Du weißt, dass ich in den Ferien in Frankreich war und wir waren in Monte Carlo. Warst du auch in Disneyland? Nein, es war zu weit, aber ich will gerne mal hin. Mein Traum ist ja schon unbedingt mal nach Disneyland. Ich wollte jetzt in den Osterferien nach Disneyland fahren, aber ich weiß nicht. Kennst du gute Angebote? Nein, ich versuche auch welche zu finden, aber es ist alles gut. Vielen Dank.